Musik Das ist der Thomas Carson, also er ist der Ausstellende und ich bin sozusagen befugt, über diese Ausstellung etwas zu sagen. Und ich weiß jetzt, was wenige Leute sind, würde ich sagen, man macht so fast wie einen kleinen Rundgang in die Ausstellung rein, weil damit hätte man auch die verschiedenen Texte, diese Einführungstexte, die ja eigentlich auch da sind, dass man vielleicht die auch am Bild überprüfen kann. Das geht ja auch darum, dass ihr nicht mich anschauen müsst, das ist ja immer so, dass wir in den Versagen reden, sondern dass ihr eigentlich die Bilder anschauen müsst, weil hier geht es ja, letztens. Okay, also Thomas Carson, für diejenigen, die ihn noch nicht so kennen, er ist eigentlich ein berühmter Aktfotograf, einige Werke liegen hier vor von seinen 22 Büchern, diese Zahl 22, das werden wir dann noch sehen, gibt es ein paar andere Zahlen, die auch eigentlich eine Rolle spielen. Also da hat er ja doch schon einiges gemacht in den letzten Jahren und Jahrzehnten und seit er 16 ist, fotografiert er, also er ist nicht ein Spätberufler, was Fotografie angeht, sondern einer, der wirklich seit Jahrzehnten schon mit der Kamera hantiert. 22 Bücher in etwa, 33 Jahre kennen wir uns, seit Mitte 80er Jahre haben wir immer wieder mit das ein und andere miteinander gemacht und auch das ist eigentlich das Interessante, wie er überhaupt zu diesen Themen gekommen ist. Aktfotografie ist natürlich immer das, was die meisten Männer interessiert, das ist eigentlich auch ein interessantes Thema für diejenigen, die sich mit der Aktfotografie auseinandergesetzt haben, weil dieser Transfer vom Mann hinter die Kamera passiert ja irgendwann im 19. Jahrhundert und damit ist die Frau sozusagen ein schönes Subjekt vor der Kamera und die Männer sozusagen links der Kamera kann mit der Kunst beobachten, aber das ist eine Frau, eine Fotografie als Mädchen, die Mädchen, die Mädchen, die Mädchen, die Mädchen favorisiert das sowieso. Zur Fotografie, also seine, was er überhaupt gemacht hat, das ist interessant, ich möchte es kurz erwähnen, diese Art der Grünheit, die er sucht in der Fotografie drin, diese Frauen, mittlerweile vielleicht 1000 Frauen, die er schon fotografiert hat, das wäre dann sozusagen noch das letzte Buch, wo ich sagen würde, ich hoffe, das würde sich noch lohnen, oder so meine 1000 Frauen als tausendseitiger Band, das würden wir dann, glaube ich, zu seinem 75. machen. Er hat Geburtstag, nicht heute, aber schon ein paar Monaten, im März hat er gehabt, in seinem 60. Jahrhundert, wenn man sich zeigen, was er hat, dann, man lädt die Freunde ein, so viele sind es jetzt nicht, wie vielleicht gedacht, aber immerhin, wie er eigentlich fotografiert, und darum geht es mir, dieses Auge, das er schult oder geschult hat an diesen 1000 Frauen, dieser Intimraum, den er eigentlich erstellt hat, also über dieses Zulassen, der Rüge ist er eines geworden, der Thomas aufgrund seiner Porträts, Aktporträts, die eben das Formalistische rausgelassen haben und damit eher auf die Identität, auf das Persönliche, auf die Eigenheiten der Frauen eingegangen ist und ihnen auch einen Spielraum gelassen haben, um sie vor der Kamera zu präsentieren. Also das ist ja eigentlich seine Technik des Zulassens, des laissez-faire sozusagen, und das ist etwas, was ihm mit offener Blende, also die Fotografen, die von euch irgendwie so Kameras haben, das wissen ja wahrscheinlich, was eine offene Blende ist, also das heißt, dass man eben eine Schärfe erstellen kann, die eigentlich ganz nah dran ist. Und diese Nähe über diese offene Blende, das ist entscheidend für diesen sozialen Nahraum, den er erreicht mit der Fotografie. Also das ist, glaube ich, für die Fotografen, wenn man immer eben mit geschlossener Blende, Schärfentiefe, ich stehe drauf, das Wort heißt Schärfentiefe und nicht Tiefenschärfe, also eben diese Tiefe der Schärfe des Raumes, den er eben erstellt, das ist hier sozusagen herausgewohnt, indem man eben nur einen Define-Keinschatz stellt. Und was er da eben rauskommt, am Nähe, im Teamraum, also muss man ja etwas näher anschauen, wo ist dann die Schärfe? Oder es ist so punktgenau, es sind sogenannte Gislees, Gisleedruck, das ist ein sozusagen ein neueres Verfahren, wo man mit mindestens neun Farben, neun Printfarben, also neun Titelfarben, eigentlich drucken muss mit Museumsqualität, so heisst das, entweder Gisle oder Gisle, eher französisch gesagt, also dass man wirklich die Schärfe auf der Person hat, auf den Augen hat. Und damit ist diese Nähe eigentlich unglaublich stark herausgeholt über die Qualität der Fotografie. Klar, es braucht auch eine Kamera, wenn ich Thomas seine Entwicklung anschaue, wie er früher fotografiert hat, mit allem, Brimborium und viel und Labor und Technik und Papier oder so, da hat sich über die digitale Fotografie natürlich einiges verändert. Damit ist auch eigentlich eine Art, wie soll ich sagen, der Werdegang des Fotografen, der Aktfotografie, ist auch ein Niedergang der Aktfotografie und es ist erstaunlich, jetzt vielleicht mit 60 sozusagen etwas anderes zu zeigen. Es ist die erste Fotografie, die keine Aktfotografie zeigt von Thomas. Die letzte geht heute zu Ende in Mark Kleeberg bei Leipzig, die sozusagen diese ganze Zeit der Aktfotografie umfasst. Die geht wie gesagt heute zu Ende und hier sozusagen, wie soll man sagen, eigentlich ein Neuanfang, ein Neuanfang von etwas anderem, was er bisher noch nicht gezeigt hat. Vor elf Jahren, also wir haben schon 33, 22, 11, so, vor elf Jahren sozusagen der Tritt nach Schwarzafrika, nach Uganda, dorthin zwischen 2008 und 2012 entstehen diese Art von Fotografie. Also mit 50 sozusagen nochmals einen Wandel zu machen und sagen, ja, ich schaue mir etwas anderes an. Ich versuche aus, keine Krise sozusagen der Fotografie, auch keine Krise, glaube ich, sozusagen individuell, die da passiert, sondern es ist eine Neugier, die eben da aufscheint und eben, indem man ein anderes Land, eine andere Welt, Land und Leute, wie das heisst, sozusagen in der Typologie der kolonialen Fotografie, vor allem im 1900, dass er da etwas herausschaut. Thomas Carstens Serien zeigen seinen tiefen Humanismus. Das ist immer wieder etwas, was in dieser Intensität vorkommt. Fern von jedem touristischen Blick. Ein touristischer Blick hat er früh auch drin. Es gibt ganz wenige Fotos, die so etwas distanziert sind, sozusagen das erste Mal in Uganda. Aber dann beginnt etwas, was eben die Qualität von Fotografen ausmacht, eine fast unheimliche Nähe zu den Menschen und damit auch eine Qualität an verschiedenen Orten. Das zeigt sich zum Beispiel in seinen Kinderporträts. Diese Kinderporträts, die sind so frech, so frisch, so schelmisch eigentlich von den Kindern, dass die wirklich etwas aufzeigen, wie Gesellschaft, wie Sozietät in Uganda im speziellen Fall funktioniert. Es ist eine unglaubliche Nähe, ein Draufeinsteigen mit der Fotografie, mit der Kamera, weil die Kamera selber ja ein Medium der Kommunikation ist. Und das zeigt sich wunderbar, wie das mit diesen Kindern funktioniert. Vor allem im Buch drin, das zur Ausstellung erschienen ist, sind auch immer ein paar fotohistorische Kontexte, damit man erfährt, ja, was gibt es denn in dem Umfeld überhaupt auch noch. Ja, also ich als Fotohistoriker versuche auch immer etwas aufzuzeigen, was man vielleicht vordergründig nicht so sieht. Diese Aufnahmen kommen natürlich sehr martialisch daher. Sie sind jetzt hier sozusagen als zweiter Raum gebaut und sie zeigen eigentlich etwas auf, was man nicht so erwartet von Fotografie. Waffen. Was er da eigentlich gemacht hat, ist so etwas wie eine Art Theaterfotografie. Aber es ist eben nicht eine szenische Theaterfotografie, die eben eine Dokumentation abbildet, sondern sie ist raffinierter gebaut. Es sind Porträts von Schauspielern, die einen Film drehen. Der Film kommt zwar in der Fotografie nicht vor, aber was vorkommt, ist sozusagen ein Pausenspiel, wo die SchauspielerInnen während dieser Pause vom Filmdreh mit ihren Waffen spielen. Sie kokettieren sozusagen mit ihren Waffen. Die Waffe selber als martialisches Instrument, etwas, was eine Distanzwaffe ist, weil die Waffen sind sehr groß, sind sehr schwer, sind echte Gewehre, echte Waffen, mit denen man wirklich töten kann. Was sie aber machen in dieser Pause, ist sozusagen das Spiel, die Verballhornung, Waffen zu gebrauchen, die eben in dem Moment nur Spielzeug sind. Aber trotzdem kommt in diesem Spiel, in dieser Koketterie mit der Waffe, immer auch eine gewisse Ernsthaftigkeit drüber, die einen von außen betrachtet, eine gewisse Angst einjagt. Sie könnte ja losgehen, diese Waffen, weil, und damit sind wir sehr nah in der Fotografie drin, das Schießen, das Bildermachen, das Bilderschießen hat ja genauso mit einer Waffentechnologie zu tun, nämlich etwas aus dem Umfeld herauszuholen, etwas abzuschießen. Und damit ist wie eine Art Gleichschaltung gegeben zwischen der Fotografie, die Thomas Carsten macht, und dem, was vor der Kamera abgeht, nämlich eben das Spiel mit den Waffen durch die Schauspieler. Die Serie da drüben, da drüben läuft dann auch noch ein Film, diejenigen, die sich das anschauen möchten, dass man auch sieht, also Uganda ist nicht einfach ein Land, sozusagen Entwicklungsland hinter dem Mond, sondern dass da das Zeitgenössische auch unglaublich Furore macht, und mit der Aktualität und die Modeindustrie, die Designindustrie, die Musikindustrie, dass da natürlich ein ganz neues Bewusstsein auch offenbart wird, dass den Anschluss sucht mit Europa oder mit Amerika oder Japan oder China, wo auch immer, also diese Art von Austausch ist ja das, was man vielleicht heute als Social Empowerment bezeichnen könnte, dass da eben auch eine Entwicklung passiert, dank der Offenheit aus den verschiedenen Haltungen der Bevölkerungen. Ausbildungsstätten, die hat mir auf Anhieb sehr gut gefallen, aus zwei Gründen, einerseits, weil diese Räume so überzeugend sind, die Art und Weise, was überhaupt Raumfotografie ist. Es gibt, gerade in den letzten zehn Jahren ist relativ viel publiziert worden, so Interieursachen, also wo man die gesamte Entwicklung der Kulturgeschichte ablesen kann, wer wohnt in welchen Räumen, also die Art und Weise der Raumstruktur, der Einrichtungsgegenstände, die immer einen Hinweis geben, einen sehr klaren Hinweis auf die Art und Weise der Konzepte des Wohnens, der Bildung, der Arbeitsmöglichkeiten etc. Also da gibt es einige, die eigentlich auch kulturell raffinierte Reportagen und gute Autorenfotografie ist, die solche Dinge eigentlich herausholen. Zu Schulungsräumen gibt es relativ wenig in der Fotogeschichte. Es gibt zwei, drei Bücher über Klassen, also Schulklassenfotografie, aber sonst ist es dann schon ziemlich am Ende. Und wenn wir danach suchen, dann gibt es wirklich eigentlich auch nicht wahnsinnig viel. Deswegen war es für mich interessant, diese Räume, diese Orte der Vermittlung, dass er das fotografiert hat, weil da drin eigentlich die Didaktik, die hier irgendwie gezeigt wird, wie wird unterrichtet, mit welchen Objekten wird etwas gelernt, das ist hier in den Fotos eigentlich sichtbar. Also wenn wir sehen, mit welcher Materialität etwas gelernt wird, welcher Lerntyp sozusagen angesprochen wird mit Materialität, dann sehen wir, dass die Materialität selber ein wesentlicher Teil ist des experimentellen Lernens, des Inkorporierens, was eigentlich Wissen ist. Es ist wie bei uns ab und zu noch Bildungsinstitutionen, solche Materialiensammlungen haben. Daran sieht man auch wirklich die Kodierung des Lernens. Wie wird etwas vermittelt und mit welchen Folgen muss man bei einem bestimmten Handel natürlich rechnen und wie wird das sozusagen wieder vermittelt in dieser Art von Rohheit vielleicht, die wir hier in diesen Bildern drin sehen. Nebst dieser Didaktik, die gezeigt wird, war für mich ein anderer Aspekt, der nachher gleich da hinten noch kommt, mit der Gruppe. Die Gruppe als Möglichkeit, viele Leute zu zeigen, die Individuen zu zeigen. Hier drin bei den Ausbildungsporträts, also wenn ihr solches da anschaut, wer mit welchen Geräten hantiert und welche Geräte das überhaupt vorkommen in einem bestimmten Berufsfeld. Das ist wie eine Art Stichwortverzeichnis, also wenn ihr zum Beispiel Berufsbücher, Berufsbildungsbücher anschaut, dann kommen ja viele solche Stichwörter, solche Fachbegriffe vor, die ganz spezifisch einen Beruf ausmachen. Ihr könnt, wenn ich 50 oder 80 Stichwörter zu einem spezifischen Beruf sage, wisst ihr, welcher Beruf das ist, weil einfach die Art und Weise, was da vorkommt. So etwas kennt man aus der Gruppenfotografie. Das sind die sogenannten Epitheta Ornantia, also diese schmückenden Objekte, die eben einen Charakter geben auf das Berufsbild. Eigentlich eine sehr schöne Sache, wird heute viel zu wenig gepflegt, weil meistens in den Gruppenfotos alle so Belegschaften einfach dastehen, aber eigentlich das, was sie tun, wofür sie stehen, die Rolle, die gesellschaftliche Rolle, die kommt einem überhaupt nicht vor und über diese Objekthaftigkeit, wo die Person ja mit dem Objekt etwas tut und für die Gesellschaft eine Dienstleistung ist, das ist eben das Schöne, wenn man das irgendwie einbaut. Thomas hat das hier an einzelnen Stellen gemacht und dem Sinn, bravo! Porträts haben wir gesehen, dass die Art und Weise über eben die Aktfotografie, das Wissen über, jetzt haben wir schon mehrere Dinge, nämlich über das Portraithafte, dann haben wir den Raum vom Interieur, wir haben die Location sozusagen, die Thomas über die Aktfotografie gelernt und inkorporiert hat als Betriebswissen, Schauen wir hier hinten noch einen weiteren Teil an. Ich gehe da mal gleich durch, es hat links und rechts hier eine Serie, da sage ich da drin was. Hoi! Also wir sind hier in einer sozusagen, in einer Serie, die schon etwas älter ist und gemacht wurde anlässlich der Übergabe von 60 Fahrrädern der Michael-Horbach-Stiftung in Uganda. Thomas und seine Frau Joana haben sozusagen leutig gesucht, recherchiert, wem könnte dieses Medium, dieses Social Media, das Fahrrad, am meisten dienlich sein. Welche Möglichkeiten lässt ein solches Fahrrad zu, wenn es eben in einen Sozialverbund reinkommt und wer partizipiert sozusagen davon? Hier sieht man, wer sozusagen Teil ist von diesem Fahrradverbund, nämlich es sind die Familien selber, es sind aber auch Einzelpersonen, die sozusagen mit diesem Gerät, mit diesem Medium eben, eine andere Art von Wirtschaften ermöglichen. Es ist dieses Wirtschaften von, was ein Fahrrad, wie ein Werkzeug eben ermöglicht, dass man da etwas in die Familie reinbringt, das eben zum sozialen Gut wird. Es ist etwas, was ermöglicht, einen wirtschaftlichen Aufstieg, einen familiären Aufstieg, eine Kommunikation innerhalb der Familie, aufgrund, dass man überhaupt einem Fahrrad auch schauen muss. Also die Verantwortung, die man übergibt mit diesem Gerät, das ist ein Teil dieses Projekts gewesen. Man kann natürlich immer sagen, es ist schwierig, ja, der Westen bringt da irgendwelche Geschenke, Geschenke, ja, ist schön, wenn man die erhält, aber nachher passiert nichts mehr damit. Und genau das ist der Versuch zumindest gewesen, dieses eben Social Empowerment insofern noch zu verbessern, indem man den Leuten auch die Möglichkeit gegeben hat, die Fahrräder zusammenzubauen, zu erweitern, zu wissen, zu lernen, zu lehren, wie sie funktionieren, wie man sie sozusagen reparieren muss, wo die am meisten Schaden erleiden könnten, damit auch diese Qualität oder des Objekts auch bleibt und nachhaltig bleibt. Also nicht einfach nur ein Geschenk, sozusagen etwas, was wieder vergessen wird, sondern wirklich da auch ein Objekt hat, das die Verantwortung erst erzeugt, dadurch, dass es eben vorhanden ist. Also hier haben wir wirklich eben auch eine Art von Gruppenfotografie, die diese Art von, eben als soziales Medium über dieses Gefährt eigentlich auch rauschholt und damit eine schöne Qualität erreicht, natürlich auch in diesen Tönen, diesen Erdtönen etc. Die Serie, die dazwischen war, diese Behinderten, ist eine spannende Serie, natürlich aufgrund der Ideologien, die dahinter stecken. Wir haben in Europa im Laufe der Jahre natürlich ein anderes Verhältnis gewonnen, was Behinderung ist. Aber auch das ist nicht ganz so alt. Mein Vater, als ich in der Behindertenwerkstätte 1978 gearbeitet habe, durfte mein kleiner Bruder nicht mitkommen. Also der da ein Kind war, so wie Thomas' Kinder jetzt, durfte ich, der war 16 Jahre jünger oder ist immer noch 16 Jahre jünger, der durfte nicht mitkommen, weil der Vater hat gesagt, nein, nein, der darf nicht mit, der könnte sich anstecken. Also sozusagen Behinderung als Gottesstrafe, das ist bei uns auch noch nicht so lang ausgerottet. Erst vor etwa 10 Jahren hat bei uns in der Schweiz die große Behindertenorganisation Pro Infirmis eine Werbekampagne gemacht mit behinderten Kindern. und die Träger von diesen behinderten Kindern, Familien, Mediziner, was auch immer, die haben alle eine weiße Weste. Und diese Art, also diese Form der Interpretation, eben etwas Weißes zu haben, etwas Unschuldiges zu tragen, indem man trotzdem eben ein behindertes Kind hat, das ist ein ganz wesentlicher Fortschritt in der Mentalität, was eben noch als Hexenglauben bei uns oder eben auch hier sozusagen als Voodoo verunglimpft wird. Also wenn man sieht, wie Albino-Kinder nach wie vor heute Schwierigkeiten haben, natürlich in Afrika noch stärker wie hier, sozusagen auch als Freiwild gelten, es gab mehrere Reportagen diesbezüglich in den letzten 10 Jahren, also als Freiwild gelten, wo man die sozusagen kocht, um sie auszuwerten, weil ihnen auch eine Magie zugewiesen wird, dann ist diese Art von Persönlichkeit, die in diesem Porträt jetzt liegen, in diesem sozialen Raum hat eine unglaubliche Dichte und damit auch etwas, was einen ideologischen Fortschritt manifestiert. Jetzt möchte ich aber doch noch in die Letzte gehen, das ist sozusagen mit Vorsicht zu genießen, weil sie aus dem Schlachthof kommt und da darf jeder und jede selber entscheiden, ob er das aushält, also alle Veganer und Vegetarier vor, im Schlachthof ist natürlich eine Art der Dokumentation, die wie gesagt nicht jedermanns, jedermannfraus Sache ist. Ich war da selber dabei, deswegen kenne ich die Szene, es war 24. Dezember, also Weihnachtenmorgen 2009, wo Thomas und ich da waren, er hat fotografiert, ich habe ihr beobachtet, er war zweimal, das ist eine Metzgerei in Uganda, von einem deutschen Metzger geführt, der da drüben porträtiert ist und damit natürlich in dieser Nahrungskette eine wichtige Rolle spielt, grundsätzlich immer noch natürlich Fleischverarbeitung. Wenn man die Fotos sieht, dann fehlen ganz klar natürlich immer Umfelder, es fehlen Gerüche, es fehlt der Lärm, es fehlt sozusagen die Mechanik in einem Schlachthof, also das, was passiert, also effektiv eben beim Schlachten. Wo die Stärke der Fotografie natürlich liegt, ist in der Art und Weise, wie Thomas da ja ist, man sieht, wenn man die Bilder anschaut, da gibt es eine gewisse Dichte, also es sind Getränke, Thomas ist mittendrin, in diesem Blut, das Rot ist Blut, ist nicht irgendwas anderes. Wie wird geschlachtet? Also wenn wir das anschauen, dann sind es ja Schlachtaufnahmen, also die Tiere kommen von da draussen sozusagen rein, haben vorher, haben einen Hof, da wird gegessen, gefressen noch, die haben Heu, kommen dann diese kleine Rampe runter und hier in den Schlachthof rein und da werden sie geschlachtet, sie werden geschichtet von einem Metzger, muslimischen Ursprungs und er hat sozusagen die Garantie oder das Okay, das ist ein Amt, den er als Schächter sozusagen hat, indem er die Tiere mit einem Hand, sozusagen mit einem Messer direkt tötet, tötet mit einem Schnitt in den Hals. Also wir sehen hier im Prinzip genau diesen Moment mit dem Messer, also dass er die Hilfskraft, die er hat, dass sozusagen in dem Moment das Leben ausgelöscht wird im Kontext mit mehreren Leuten natürlich zusammen. Man kann sich fragen, wo ist da der Unterschied zu dem, was der Mensch ein Stück weit ausmacht, wenn er eine Treibjagd macht, ein Rudel, oder der Mensch in einem Rudel drin, der ja mit List, mit Tücke überhaupt ein Tier fangen kann. Er hat einen Gegner, das Tier kann fliehen und er versucht, und der Mensch versucht natürlich über seine Technik möglichst nah an das Tier und möglichst schnell das zu machen. Also das ist die, der Tötungsvorgang ist immer etwas gewesen, was der Mensch sozusagen aufgrund seines eigenen Sterbens, der Mensch ist das einzige gewesen, der das eigene Sterben überhaupt in Zukunft kennt, deswegen war er durchaus erpicht, dieses Töten schnell zu machen. Und ich behaupte, es gibt viele Menschen, die froh wären, wenn das Töten oder wenn das Sterben so schnell ginge, wie das hier geht. Also das ist wirklich dieser Augenblick von einer Sekunde auf die andere, wo das Tier sozusagen vom Tier mit einem Namen vielleicht an einer Stelle ist Love, ein G, wie ist es das, hier Love, das ist sozusagen so bezeichnet, weil es eben jemandem gehört, das wird gemetzget, sozusagen für die Person, und dann sieht man es auch wieder an einem anderen Ort, wo sozusagen nur noch der Kadaver, der gehäutete Kadaver, auch da wieder drin, sozusagen das Love steht, eben als Name, aber durchaus auch als sozusagen Synonym für das, was eben ein Tier in dem Moment wird, nämlich Produzent von Fleisch, von Interessen, von Nahrung für die Menschen. Interessant an diesem Schlachtungsprozess in Uganda, einfach der Hinweis drauf, die Metzger, die da eigentlich an, also arbeiten in diesem Rudel, sozusagen immer noch, die nehmen sich immer jeweils eine kleine Portion weg. Jeder, der in dieser Nahrungskette, in dieser Schlachtungskette drin ist, nimmt sich immer ein kleines Teil weg, tut es dann in eine Kiste oder in einen Kessel rein. Also, weil jeder an einem anderen Ort innerhalb der Nahrungs, also dieser Schlachtung, dieser Verkleinerungsprozess letztlich, wo er arbeitet, nimmt immer wieder etwas raus und vertauscht dann danach mit den Leuten, mit den anderen Leuten, die an einem anderen Ort arbeiten, das, was er sozusagen weggenommen hat. Es ist also ein Teil des Lohnes, das er mitnimmt im Moment des Schlachtens und holt damit auch sozusagen einen kleinen Mehrwert von diesem Schlachtprozess für sich heraus und für die anderen. Also, es ist eigentlich ein System, das über die Schäffertage toleriert wird, aber gleichzeitig auch etwas, was sozusagen die, das eigene Marktwirtschaften bei diesem Schlachtprozess eigentlich aufzeigt. Das ist einfach ein interessantes Detail. Gut, das wäre so ein Hinweis auch in der Serie, was will Thomas in Zukunft tun, das ist natürlich interessant, der wird anscheinend weiter filmen und fotografieren, dieser Wandel eben vom stillen Medium sozusagen ins bewegte Medium. Ich mache den nicht mit, weil mich das weniger interessiert, weil vor allem auch über das Bild können wir eine andere Dynamik aufbauen, eine andere Nähe aufbauen über das stille Bild, wenn das sich nicht bewegt. Deswegen bin ich eigentlich nach wie vor radikal gegen diese Art von Bildern im Sinne von Clips und von Kleinzeugs, auch wenn Social Media das sozusagen anscheinend erwartet, weil die Leute nicht mehr Bilder lesen, sondern sozusagen nur noch kleine Häppchen konsumieren und das ist eben etwas anstrengender, wenn man sich mit Bildern etwas näher beschäftigen soll. Thomas, du hast zu deinem Geburtstag ein schönes Geschenk dir selber gemacht. Ich glaube auch, dass dieser Wandel sozusagen jetzt von der Aktfotografie in eine dokumentarische Fotografie ein richtiger ist oder ein spannender ist, weil er ganz neue Welten aufzeigt und ich wünsche mir natürlich, dass er jetzt mit 60 das zu zeigen, dass eben in den nächsten Jahren mit den 44 oder den 33 Jahren, die wir jetzt kennen, mit diesen 44 Jahren, die du dich mit Fotografie beschäftigst, dass dann vielleicht eben mit 55, wenn wir die Zahl bemühen wollen, irgendwie wieder was anderes und natürlich noch raffinierteres sehen werden. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, Thomas natürlich genauso. Vielen Dank.